Am 10.12.2022 gegen 10.45 Uhr wurde der Krankentransportwagen 6 des Deutschen Roten Kreuzes Bonn zu einer gestörten Senioren in die Fußgängerzone alarmiert. Nach einer Erstversorgung vor Ort brachte er die Patientin in ein Krankenhaus. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut.